Ich wünsche der Veranstaltung einen schönen Verlauf, wir haben ein herrliches Wetter, wir haben fünf Stunden Fahrzeit und hoffen, dass um 16 Uhr oder vielleicht sogar früh, aber das werdet ihr doch eh da hören, die Siegärung haben. Ich habe ein bisschen Alteisen aus Edelschrott hergerichtet und damit er für die Matten verdürtet wird. Ich danke für die weitgehende Disziplin gestern, für die Matten, aber ich bitte diese mindestens aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, dass das euer siebte letzte Sorge ist, aber bitte legt die Matten unter die Maschinen ein, wenn ihr das abstimmt. Danke. Ich habe mir auch gesagt, guten Morgen, hoffe alle, seid fit, keiner hat sich was gestern getan. Auch ich sage Dankeschön für die Disziplin, ich habe auch gesehen, es hat auch gut funktioniert und ein bisschen Spaß gewährt für alle, die heute neu dabei sind. Wir fahren da einen Teil der Strecke, fahren wir da parallel oder neben der Straße her, bitte immer hinter der Straße fahren. Wir haben da unten eine Schikane aufgemacht, da haben wir Absperrungen, die fährt auf der rechten Seite von der Absperrung, also der Straßen abgewandte Seite und das bitte da zu belücksichtigen. Bei beiden Straßenklärungen, nämlich sowohl unten als auch oben, bitte pass auf den Verkehr, dass da nichts passiert. Wir fahren Classic Trial, gerade für alle, die heute neu dabei sind. igualit Classic Trial oder leicht abgeendetes Regiment, das heißt wir haben eins, zwei, drei, fünf Punkte. Frau dort, Ard-Iva. Dagmar Gerrit, Münzen-Steppan, Kruber-Steppan, Kederbach-Albert. Das war's für heute. Sieg wird so gut. Die elegante. Ja, schön. Du kannst nicht, wie es so ist, wie es so ist. Das war nicht. Ich weiß nicht. Hehehehe! So, schaut zu dir wie zu, wie gut es ist. und Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020